Servus, wir werden heute für das Kinderspiel Lottica Zotti diese zwei Würfel machen. Lottica Zotti ist ein Kinderspiel, bei dem es darum geht, mit dem Hasen als Erster auf die Karotte zu kommen. Gespielt wird es mit vier Karten. Die Ein-Schritt-Karte, die Zwei-Schritt-Karte und die Drei-Schritt-Karte, die ich so eins zu eins auf meinen Würfel übernommen habe. Ebenfalls übernommen habe ich die Ein-Dreh-Karotten-Karte. Neu hinzugekommen ist diese Würfelseite die Zweimal-Dreh-Karte und ebenfalls neu die Minus-Einschritt-Würfel-Seite. Ok, starten wir nun. Ich habe bei dem Show-Teil alle Seiten benannt und mit dem Punkt in der Ecke den Nullpunkt schon vordefiniert. Wieso ich das so mache, erkläre ich später in Fusion. Der Nullpunkt von XY habe ich mit der Tastplatte definiert und muss bei jeder Würfelseite neu angetastet werden. Z0 ist auf allen Würfelseiten gleich, nämlich der Schaubstock. Der 6mm 2-Schneider ist schon eingespannt und die Luftdüse wird noch ausgerichtet und jetzt geht's los mit der ersten Operation, dem Planen. So sieht das fertige Ergebnis aus. Ich war der Meinung, ich müsste später noch wissen, welche Seite was ist. Deswegen habe ich sie neu beschriftet. Die Kanten erhalten durch den Kahnfräser eine schöne Sondung. Z0 ist auf jeden Fall. In mehreren Durchringen wird die Oberfläche poliert und mit dem Schleifvlies eine leichte Maßersong sein gemacht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich bin mit der Oberfläche zufrieden, also gehen wir jetzt nun zum Gravieren. Die Xavour wird mit einem 90 Grad Gravierstichel von Dartslock gemacht. Die Xavour wird mit einem 90 Grad Gravierstichel von Dartslock gemacht. Puh, das ging gerade noch gut. Deswegen habe ich dann vor später reduziert, das Video lasse ich aber in doppelter Geschwindigkeit ablaufen. Die Xavour wird mit einem 90 Grad Gravierstichel von Dartslock gemacht. Die Gravuren sind nun fertig und werden nun mit einer sehr sehr weichen Nylonbürste ganz leicht bearbeitet. Um den Kontrast zu erhöhen, verwende ich so einen Farbstift. Da ich nicht weiß, wie der ausgesprochen wird, blende ich ihn einfach nur ein. Wo ich ihn her habe, könnt ihr unten in der Videobeschreibung sehen. Wir kommen nun zum Holzwürfel und vermessen das erste Werkzeug. Ein 4mm Downcut Holzfrazer. Als allererstes wird geplant. Und anders als beim Aluwürfel wird hier die Würfelseite komplett fertig gemacht. Das heißt, ich musste in Summe 12 Mal das Werkzeug wechseln. Die Geschichte ist es in der Nähe von der Dartslock. Das zweite Werkzeug, ein Gravierstichel. Zuerst wird in der Vertiefung eine leichte Schräge gemacht. Ich fahre die Kontur mehrmals ab, weil ich da immer einen kleinen Offset rein mache. Auch das zeige ich später in Fusion. Und so sieht der fertige Würfel aus. Leider ist mir Fehler passiert. Man kann es schon sehen, diese Schramme. Ich wollte mit der Kantfräse die Ecken abschunden. Was ich dabei nicht bedacht habe, dass das Kugellager von der Kantfräse in die Vertiefung reinfährt und mir deswegen diese Schramme aus reingemacht hat. Deswegen musste ich alles mit der Hand machen. Zum Schluss wird der Würfel mit lebensmittelechten Öl schön eingeölt und kann, wie ich finde, sich echt sehen lassen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis auf die kleine Schramme im Holzwürfel bin ich sehr zufrieden. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Ganze in Fusion programmiert wurde, dann bleibt einfach dran. Okay, der Fusion-Teil. Es gibt zwei Dateien. Einmal diesen Holzwürfel und diesen Aluwürfel. Ich erkläre mal alles an dem Aluwürfel. Also das ist ein Holzwürfel völlig identisch. Bis auf diese Vertiefung. Die Konstruktion. Da habe ich tatsächlich diesen Karnickel als DXF gekauft. Für 1,99 € meine ich. Und auch die Karotte. Das war es mir wert, bevor ich da stundenlang das selber zeichne. Genau. Ich habe zuerst einen Würfel erstellt. Da sieht man es schon. Skizze Würfel. Das Ganze explodiert und die Ecken abgesondert. Also wirklich die Basics. Nichts Wildes. Dann eine neue Skizze. Man sieht es schon. Hase DXF. Das habe ich so importiert. Und jetzt kann man schon sehen. Maßstab. Extrudiert. Ein paar Mal verschoben. Und einfach so auf die einzelnen Würfelseiten projiziert. Diese Kringel hier. Die habe ich erstellt. Und auch die Zahl. Aber das zu erklären, das ist ja wirklich lächerlich. So. Irgendwann. Ich meine, das war hier genau. Habe ich auch die Karlsruppe importiert. als DXF. Und diesen Pfeil hier. Den habe ich gezeichnet. Mit dem Klick. Und natürlich wieder plus 1 und plus 2. Aber wie gesagt. Das war absolut nichts Wildes. Diesen Würfel habe ich auch verdammt schnell gezeichnet. Also der Konstruktionsaufwand war minimal. Und deswegen gehen wir auch schon in die Fertigung. Man kann hier ganz viele Setups sehen. Aber die sind alle beschriftet. Und das ist alles logisch aufgebaut. Setup OHP3. Also Setup oben. Hase plus 3. Hier. Karotte plus 1. Hase minus 1. Und so weiter. Also. Hase plus 3. Schauen wir uns den mal an. Hier habe ich meinen Nullpunkt gesetzt. Das Vorteil ausgemessen und überfragen. Dann rufe ich die Planopposition auf. Einmal als Schub und einmal als Schlichtgang. Also wirklich nichts Wildes. Und man kann es schon sehen. 2. Also in Klammern dupliziert. Eine Klavieroperation. Das habe ich aber immer einzeln verpackt. Denn mein Setup hat sich. Also beziehungsweise mein Nullpunkt hat sich ja verändert. Man kann es schön sehen. Mein Nullpunkt ist ja hier mit einem So-Teil. Und später ohne So-Teil. Und so mache ich das überall wo eine 2 steht. Und hier eine ganz einfache Gravieroperation. Nichts Wildes. Was ich euch nur zeigen möchte ist. Es sind die Planoppositionen. Das erste ist klar. Also wurde ja ausgemessen und so übertragen. Also alles gut. Man kann es auch hier mal in der Seitenansicht sehen. Schön mittig platziert. Das passt. Tricky wird es, wenn man die nächste Seite bearbeiten möchte. Und da springen wir jetzt mal hin. Also zuerst haben wir das hier bearbeitet. Die Plus-Drei-Seite. Und jetzt muss man sich das so vorstellen, dass wir den Würfel so drehen. So. Das heißt jetzt kommt hinten. Karotte Plus-1-Seite. Und jetzt ist es so, dass ich Y. Also Y. Das ist ja schon abgeplant. Die rechte Seite ist ja schon abgeplant. Deswegen Versatz von Vorderseite. Y-0. Man kann es auch hier in der Seitenansicht sehen. Die Seite ist ja jetzt fertig. Und genau so muss ich immer weiter vorgehen. Als nächstes kommt unten H7-1. Das heißt wir drehen den Würfel wieder so. Und jetzt haben wir schon zwei Seiten, die ja fertig sind. Nämlich Z von unten und Y von rechts. Also von Y-. Und so weiter und so weiter. Aber einen machen wir noch. Also wir drehen den Würfel wieder so. Jetzt kann man sehen, jetzt haben wir schon alle Seiten fertig bis auf oben. Und so muss man den Würfel immer wieder drehen und den Nullpunkt genau definieren. Man muss da höllisch aufpassen, denn wenn man jetzt hier den Nullpunkt definiert, dann muss man es auch genauso abschließen. Deswegen habe ich bei dem So-Teil auch hier einen Punkt gesetzt, damit ich immer weiß, wo mein Nullpunkt ist und welche Seite ich gerade bearbeite. Denn wenn ich jetzt, sagen wir mal, die Fläche bearbeite und dann den Würfel irgendwie hindrehe und sage, hopp, dann mache ich einfach das als nächstes, dann stimmt die ganze Geometrie nicht mehr. Weil der Würfel ja so aussieht. Sagen wir mal, ich würde den Würfel einfach irgendwie mir einfach zu rechts drehen, also irgendeine rohe Seite wählen und dann einfach abfräsen. Dann sitzt ja mein Nullpunkt falsch. Obwohl ich ihn ja, ich würde ihn ja dann hier antasten. Und da würde ich nie den Würfel so perfekt hinbekommen. Deswegen habe ich alle Seiten sauber benannt und genau so auch abgearbeitet. Okay, ich glaube, wir sind schon fast durch. Schauen wir es gerade noch so das letzte Mal an. Ja, also einfach gravieren. Ist ja wirklich nichts Bildes. Genau wie das planen. Dann gehen wir jetzt noch mal kurz auf den Holzwürfel. Entschuldigung, zu dem Holzwürfel. Also ich dann muss ja verschiedene Sachen gleichzeitig machen. Fusion und gleichzeitig auch noch mein Bildschirm aufnehmen mit Ton. Und das zwingt doch etwas in die Knie. Okay. Bei dem Holzwürfel mache ich tatsächlich ein bisschen mehr. Hier kann man schon sehen, falsch. Dann schnappen wir uns lieber ein richtiges, sagen wir mal hier. Hier, Hase plus 1. Ich plane das Ganze mit diesem Downcard-Fraser. Dann schlichtig. Dann kommt die Tasche. Ebenfalls die Tasche. Also einmal Schock schlicht. Und die Kontur. Das hat man ja schön gesehen. Man nimmt Kavierstichel. Da taucht hier ein. Fährt das sauber ab. In der Simulation hier habe ich hier überall diese Huckel gehabt. Und ich war der Meinung, man wird sie auch später auf den Würfel sehen. Und deswegen bin ich hergegangen. Ich habe gesagt, Kontur plus ein Offset plus ein Offset plus ein Offset plus ein Offset um diesen Huckel einfach kleiner zu machen. Aber ich muss sagen, das war eigentlich unnötig, weil das hat man gar nicht gesehen. Ich glaube, das sieht hier in der Software schlimmer aus, als es wirklich ist. Ich lasse noch die Außenkontur abfahren. Kannst du mal kurz zeigen. War aber mehr für mich. nicht gedacht. ich wollte einfach wissen, wenn ich jetzt hier so die Kontur abfahre und dann Würfel später drehe, wird er dann genau auf diese Fläche wieder abplanen. Also, es war so eine kleine Bestätigung, ob ich mit meinem Denken und meinem Vorhaben das alles so richtig läuft. Deswegen diese Außenkontur. War aber Quatsch. Die wird ja später abgeplant und später sowieso von Hand eine Phase sein geschliffen. Wie gesagt, seine Konsole und zum Schluss, jetzt hängt man aufs Rechner wieder, zum Schluss wieder so eine Klavierposition, da verblenden wir das Modell wieder ein. Hier mein ein Gravierstichel, ein 45 Grad Klavierstichel, ein Schneider von der Firma Hase, meine ich. So steht da glaube ich sogar. Ja genau, aber ich meine, das war der von der Firma Hase. Hase zu Hase. Die Kontur, die Geometrie ist einfach ausgewählt, so wie es glaube ich jeder schon mal zigmal gemacht hat. wirklich nichts Bildes. So sieht das Ganze dann fertig aus. Ja, wir sind am Ende. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Schreibt mir doch in den Kommentaren, was ihr davon haltet und ob ihr vielleicht ähnliche Erfahrungen gemacht habt wie ich oder was man vielleicht sogar verbessern könnte. Würde mich sehr freuen. Also, bis zum nächsten Video. Ciao. Outro